hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge let's play summoners war hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge let's play summoners war und heute wollen wir mal wieder beschwören und zwar haben wir drei light und dark wir haben 29 mystische und das war's aber wir machen was wie immer wir gehen in die mystischen und wenn elf mal keine blitze kam gehen wir auf die light und dark über und die alles was keine blitze sind das drücken wir einfach weg und alles was blitze sind da lassen wir die spannung natürlich ein bisschen steigen und ja wir brauchen eigentlich nicht mit zählen sondern wir müssen nur rechnen 29 war der anfang das heißt also wenn wir bei 28 drücken und keine blitze bei 18 drücken und keine blitze bekommen dann wechseln wir auf die light und dark rüber und ich will es noch mal sagen uns ist traurig aber es ist wahr ich hatte noch nie blitze bei light und dark noch nie und jetzt gehen wir zu light und dark und jetzt öffnen wir die leiden tag und ich kriege das erste mal in meinem leben mit diesem spiel blitze bei light und dark rollen und zwar jetzt verdammt wenn es wenigstens zweimal derselbe ist wenn es wenigstens train wäre ja keine blitze es gibt es doch gar nicht ist das zum mäuse melken es kann doch wohl nicht wahr sein vor allem haben wir noch gar keine blitze gehabt das ist schon das ist schon sehr 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 schlechte rate halleluja noch keine einzigen blitze gibt es doch gar nicht kann doch gar nicht sein wir hätten theoretisch müssten wir drei drei blitze müssten wir eigentlich insgesamt kriegen so von der von der wahrscheinlichkeit her das ist so zumindest die rate die normalerweise boah das gibt es doch überhaupt nicht wir können doch nicht in in 32 rollen kein einzigen blitz haben das kann nicht wahr sein also jetzt bin ich echt dass hier ist doch irgendwas verbuggt das ist doch ein das kann doch nicht das kann doch überhaupt gar nicht sein leute 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 und was war unfassbar 32 rollen und keine einzigen blitze dass das gibt es nicht da muss das muss ein bug sein oder was keine ahnung hey das gibt es doch gar nicht vielleicht sollte ich den sollen was probieren sollen was probieren sollen wir die steine aufmachen also das was an vier sterne monstern hier ist das interessiert mich eigentlich nicht wirklich das machen wir nicht wir gucken mal wann man noch was cooles kommt nächste woche werden zum beispiel keine fünf sterne monster oh das ist meine woche ich denke hier werde ich beschwören die drei werden alle drei mega ich meine die als sind alles gute monster die fünf sterne man so keine frage aber das wären so traum monster die ich gerne noch hätte für mein roster für meine menge an oder für meine mein aufbauen man sagt na gut dann was soll ich sagen also wenn das nicht die schlechteste blitzrate überhaupt war dann weiß ich auch nicht mehr weiter ich bedanke mich dennoch bei euch fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal